und das geht ans metten das können wir noch verwenden steine auf jeden fall ist man noch das schalaktiv und schlack mieten wir sind schalaktiken die 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 wie ich so was wie manchmal machen du 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 irgendwie immer mal klaus auch noch die Eselsbrücke Stalaktiten sind die die hängen wir haben nur so kleinen Türen und dann halt so Schöne ich fest jetzt. So, hier ist auch noch Klaus. Ich glaube das ist auch so, in dem ÖBBG Maker, ich glaube schon, es wird wieder Zeit, das Siegel von, ähm, ähm, von, ähm, random namens Dämonen, Dämonen, Dämonennamen, äh, von, 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 äh, da ist Fasago, Garmin, Samegina, 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 das ist richtig schon gekloppt von, 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 Samegina, Samegina, das ist richtig schon gekloppt, ähm, das haben wir noch, oh, Valfour, Valfour, ach, daher stammt der Name von Valfour, Valfour, das ist ein Dämon gewesen, Valfour, das, also Valfour, auf Englisch heißt es ja Valfour, das wusste ich noch nicht, woher der Name kommt. Zepa, Zepa, Botes, Balfour, Pins, Seos, Bruss, Purson, das ist so, dann nehmen wir mal, Samegina, das ist voll gekloppt. Es hat mir gefallen, Samegina zu erneuern. Seid ihr, bereit, ja, ich sehe gerade, ich mache gerade scheiße. Es geht ja nur bis hierhin. Es geht ja nur bis hierhin, der, äh, die kleinste, Valfour, jetzt. So, da brennt meine Brüder und Schwester. Es geht echt bescheuert, das heißt Dialog, Alter. Ähm, was habe ich jetzt für nochmal für welche genommen? Genau. Manche Interested for People, ja, so. Ja, das muss ich mir richtig schön, richtig schön bekloppten Namen noch einfallen lassen. Named and Rater. Ich will schon wieder nehmen. Einem, Janken nannte. Igarion, Sheriff, Egino. Egino, das ist ein bescheuert, Egino. 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 Komische Priester. Die Namen merken wahrscheinlich eh nicht, die sind eh, eh, eh. Da wahrscheinlich denke ich am Ende tot, aber egal. So. Ich bin immer bereit, das wisst ihr doch. Dann mal das, die Tuste schon, ne? Schön, ich weiß jetzt. War die denn ein actor oder was? Äh, ach, da ist die. So. Hier haben wir den Code kopieren muss. Kaila, die ist einfach Kaila, keine Ahnung, Kaila, aber sicher doch mein Herr, naja, so. Also es wird so bekloppt, ich kann keine guten Dialogen schreiben. Nun denn, lass uns beginnen. Laufen, wait, 15, 15, 15 Sekunden. Jetzt machen wir das ganze schon richtig schön bekloppt, dem einfach. Oh mein, das ist so dumm. Al, das ist so dumm. Ahmmm. Z-Z-Z-Z-Z. 1, 2, 3, Z-Z-Z-Z-Z. das machen wir noch ein paar tb grafiken rein rtb sachen rtb animationen rein hier wochen dass sie bei den bübigen meckert wenn du brauchst du gerade glaube ich nur noch maximal bis um 10 und dann will ich mal ein bisschen was spielen oder manchmal bis zum halb des rechter an der heim schlug ein bisschen gemäckert und dann spielen wir durch ein bisschen ich würde gerne den platz gehabt haben und noch ein bisschen vorwärts kommen interessiert sich zwar nicht so sehr aber würde ich gerne ein bisschen vorwärts kommen haben wir denn jetzt hier show animation da haben wir es doch das sind wirklich die kompletten kompletten das sind wirklich schon und hinterher mal gucken ähm ne ne das ist ja blöd sing of silence, limison das war entscheidend zeigen dass auf beide so dass ich das ausprobiert so dann geht natürlich was schief wie immer so kann schick da check screen check once start check and check okay check once ich muss so gegenseitig immer weg kommen noch besuch von einem kollegen sein lieber kisser abholz musste ihn welchen mitbringen ach so okay na gut dann werde ich was so was dann mache ich ihr um 20 nicht überschloss wo soll es und daher was geschieht hier nur was geschieht hier nur dann würde ich jetzt nur mal dass dort an einem sekunden glaube ich oder so so okay dann machen wir noch eine thema genannt sammigina 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 habe ich genannt sammigina 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 da so monster zwei ist der genau tür und weg wir kommen weg habe ich gesagt nicht vergessen so ihm ist einfach nur ist egal okay rechts noch mal benennen links so 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 Das ist ein bescheuertes Name, aber nimm gut. Hoho! Ihr Narren! Eure Freundin hat... Eure Freundin hat den falschen Spruch aufgesagt. Nun bin ich frei. So. Muahahaha! Der ist böse nicht immer. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ihr Narren! Eure Freundin hat den falschen Spruch aufgesagt. Nun bin ich frei. Muahahaha! Eure Freundin hat den falschen Spruch aufgesagt. So.